Wir werden das sicher nicht so üblich angehören, das habe ich schon später abgekennen, das ist sicher nicht so tragisch. Und es ist eine Freiheit von diesem Autobus, dass wir wissen, wo wir vorne sind, wo wir unterwegs sind, vielleicht das nicht malen zu weisen. Und das Wichtigste, jetzt muss ich gleich noch ein Gedicht vortreten. Es wird auch nicht gereist. Es wird gerade laden und deshalb ziehen sich unsere Tagesdienst auf den Ansteinen. Hier sind die Otto und Festspiele, die waren wieder von Juli bis August. Da können wir sagen, gleich mal eine kurze Wärmung. Nächstes Jahr ist wieder geplant, im August wahrscheinlich wieder eine Form zu den Festspielen der Ferronen, wobei wir schon noch ein paar Ferronen vorbeifahren, weil es nicht ganz ist. Jetzt sind wir noch ein bisschen abgeniehen. Ich bin wirklich dunkelbar jetzt. Die Stadt war total so einbegriffen von diesen Stadtmauern zwischen 1288 und 1313 gebaut. Wir werden im nächsten Platz eine alte Stadttor auch sehen, die gehörte zu diesem Alter, nach dem Edict von Saint-Cloud von Napoleon gegründet, in 1806. Da sind viele Schweizer und Engländer und Amerikaner begraben, die waren von der protestantischen Glauben. Hier sind wir nochmal auf den Alleen und wir werden bald eine schöne, jetzt, hier werden wir aussteigen. Wie lange brauchst du? Das ist der Dom von Florenz. Wie lange dauert es? Ja, du musst es nicht. Sampta Roche. Stammt. So, 1288. Die Fasade. Sampta Roche. Wir sind schon durchgekommen. Hier. Also. Die Kirche ist eigentlich zur Verkübung für Franziskaner gestellt worden. Als die Florentiner, republikanische Florentiner, haben bemerkt, dass die Orten der Franziskaner, bis die Kananologie zu Wort. Wie kann man, wie kann man die Inhalte werden, dass die Zukunft und die Sprache stattfindet? Ja, das ist eigentlich ein Laus. Die Kirche? Wir haben die Florentiner auf eine Beine in Neue in Neue, in Neue, in Neue, in Neue, in Neue, in Neue, auf die Schlatterin. Wie kann man die Florentiner? Wir haben in Neue, in Neue, in Neue, in Neue, auf die Boden, in Neue, in Neue, auf die Schatten. Sie wissen, dass wir kommen. Hier sind wir in Valorenz. Das ist für mich ein Mal, dann fliebst du es. Einen Busch. Einen Busch. 1. Zürich. Ausflug, 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 ausflug. So kommen Sie alle bitte hier. Aber nicht hinter mir, sonst... Sie sehen nicht mehr. Sie müssen die Stärken anrufen. Wir haben die Stärken anrufen. Und noch zwei Stoppen. Und oben ganz, ganz gut. Ein hier, die wir sind hier, die wir sind hier. Ein hier, die wir sind hier. Ein hier, die wir sind hier. Und eine Stärkette, bitte. Sehen Sie? Da.